Hallo und herzlich Willkommen im Schmerztherapiezentrum Hannover. Mein Name ist Dominik Machner und ich möchte Ihnen helfen, schmerzfrei, gesünder und fitter zu werden. Als studierter Sport- und Ernährungstherapeut mit vielfältigen Fortbildungen im Bereich der Schmerztherapie freue ich mich, Sie auf diesem Weg begleiten zu dürfen. Ihre Gesundheit steht bei mir an erster Stelle und deswegen freue ich mich, mich mit Ihren individuellen Bedürfnissen auseinandersetzen zu dürfen. Gemeinsam erarbeiten wir einen individuellen Plan, um Sie schmerzfrei, gesünder und fitter zu machen. Unser Angebot besteht dabei aus individuellen Einzelsitzungen und motivierenden Gruppenangeboten. Eine langjährige Erfahrung zeigt, dass meine Patienten seit vielen Jahren mit meiner Hilfe ihre Ziele erreichen. Von den Krankenkassen bezuschusste Bewegungskurse wie das Fahjo-Yoga oder das Funktionstraining gehören genauso zu unserem Angebot wie individuelle Ernährungskurse. Sie möchten noch individueller behandelt werden? In der 1 zu 1 Therapie kann ich auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingehen und vorher nicht lösbar erscheinende Probleme dann doch mit Ihnen gemeinsam lösen. Vereinbaren Sie also noch heute einen Termin unter www.gesundeshannover.de und lassen Sie uns starten. Ich freue mich auf Sie.